10 Teams zu je 5 Fahrern, 50 Minuten Training und Qualifying und dann 100 Minuten Wettkampf. Das ist nur einer der schönen Preise des Facebook-Gewinnspiels ÖAMTC Trophy Austria. Und jetzt, jetzt geht's los. So, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt geht's um die Wurst und das große Rennen ist bereits im Gange. Ah, da kommt schon der Zwischenzeitführende. Wie schaut's aus? Wie war's gut unterwegs? Zufrieden mit dem Rennen? Ja, es war ganz flott irgendwie. Es ist recht kunterbunt durchgemischt, das Ganze flott, langsam. Ja, es macht Spaß. Ihr seid jetzt ganz vorne mit dabei. Schön. Schauen wir, ob es so bleibt, oder? Okidoki, ja, machen wir. Zufrieden mit dem Mannschaftskollegen bis jetzt? Ja, ja, also zufrieden. Ich meine, kann nicht meckern. Es ist halt in Ordnung, wie die fahren. Ein, zwei Ausflutscher gibt's immer wieder. Hochspannung ist garantiert. Du kommst gleich zu deinem Einsatz. Zu deinem ersten Einsatz bei diesem Rennen. Wie fühlst du dich? Gut, wunderbar. Es macht Spaß. Es ist lustig, es ist energievoll. Ich bin nicht der Typ, der jetzt wirklich gewinnen wird, gewinnen will, sondern es macht einfach Spaß. Entschuldige, Peter, ganz kurz. Ich mag gar nicht lange stören, aber hast du vielleicht einen Tipp parat für alle Hobby-Rennfahrer? Fair fahren. Du kannst einfach fair fahren und auf die Schwächeren aufpassen. Und während unsere wilden Rennfahrer bereits zum gemütlichen Teil übergehen, schmeiß ich mich noch einmal hinter meinem PC auf Facebook zum Citysticker sammeln, denn beim nächsten ÖMTC-Gewinnspiel, da bin ich wieder dabei. Kannst du den schönern? Vielen Dank.